Wolfhuss und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Das war Marien. Viel Übersicht bei diesem Pass. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Gehalten! Oh, eine ganz starke Szene. Tolle Parade. Da ist der Ball erstmal raus. Jetzt kommt die Flanke. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Elin Cecho ist hier heute natürlich ganz wichtig für die Mannschaft. Auf seine Tore hoffen sie. Ja, ist ja klar, Wolf. Der Bosnier ist... Und jetzt diese Chance. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Wieska. Ball bei in Wieska. Schöne Aktion. Gute Aktion. Weiter gefährlich. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Nun Cecho. Wieska. Geht da voll in diesen Zweikampf. So, die Fans sind da. Riesenstimmung. Sie stehen wie ein Mann hinter ihrem Team. Gojko Cimiroz. Edwin Wieska. Der Pass kommt nicht an. War nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Klasse, Seitenwechsel. Schöne Aktion. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Pjanic. Pjanic. Keine gute Aktion. Gutes Technik. Der Schießler. Was für eine Rettungstat gehalten. Ah, da hat er sich schlimmer wehgetan. Er kann nicht weiterspielen. Und jetzt wird es hektisch da draußen an der Bank. Sie müssen wechseln. Sie müssen wechseln. Der Spieler ist verletzt und kann nicht weiterspielen. Schade für ihn. Mal sehen, ob ihn der neue Mann adäquat ersetzen kann. An die Latte. Torhüter ist zur Stelle, aber die Szene vorher. Alu-Treffer, Buschi. Das war eine enge Nummer. Ja, würde ich gerne noch mal sehen. Da lag der Treffer in der Luft. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg verhindert das Tor. Ja, die wären gerne in Führung gegangen. Sie lassen den Ball gut laufen. Starke Szene, erholt sich den Ball. Ja, ja, ohne große Mühe, den Ball abgefangen. Schön dazwischen gegangen. Ja, das könnte was werden jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Golko Cimiroc. Dzeko am Ball. Nur ein Pjanic. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Klasse Einsatz, aber er kommt auch an den Ball. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Jetzt kann sie jetzt. Jetzt kann sie... Jetzt kann er sich... Jetzt können sie... Jetzt kann sie... Bis zum nächsten Mal.